In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch unsichtbar macht, quasi den Semi-God-Mode-Glitch. Wie ihr seht, Leute, laufen die Zombies alle an mir vorbei, die sehen mich nicht und hier könnt ihr Easy-Camos machen oder eure Knife-Kills machen und was auch immer ihr machen wollt, Leute. Und um in diesen Glitch zu kommen, braucht ihr auch nicht viel machen, das ist kinderleicht und ich zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Ihr müsst erstmal so bis Runde 16, 17 spielen, bis der neue Boss-Zombie spawnt, dieser komische Mangler, dann stellt euch an die Zip-Line und sobald dieser Mangler euch zu sich zieht, drückt ihr auf hochziehen und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, Leute, werden die Zombies alle von euch wegrennen. Und ihr seid so lange unsichtbar, bis ihr diese Zip-Line wieder benutzt, also sobald ihr die Zip-Line wieder benutzt, Leute, werden euch die Zombies angreifen, aber solange ihr die Zip-Line nicht benutzt, dann werden die Zombies an euch vorbeilaufen. Ihr könnt natürlich auch kein Boot fahren, aber ihr könnt auch zu anderen Inseln schwimmen, das geht auch. Nun müsst ihr euch ein oder zwei gute Spots suchen, wo ihr schnell die Zombies killen könnt, weil wie ihr seht, laufen die jetzt random zu den nahegelegenen Spawns und ich werde euch jetzt zwei Stellen zeigen, wo ihr dann die Runden schneller zu Ende bringen könnt. Die erste Position ist hier am Schiff, wenn ihr so in der Mitte steht ungefähr, dann werden die Zombies alle zum anderen Ende des Schiffes laufen und sich dort versammeln. Also ihr könnt warten, bis die da alle hinlaufen und danach könnt ihr dann die Zombies töten, die werden sich dann hier versammeln. Ich zeige euch jetzt aber noch einen besseren Spot meiner Meinung nach, wo es viel schneller geht und zwar müsst ihr runter in den Packer Punch Raum und dort befindet sich dann diese Falle und wenn ihr hier steht an dem Felsen, wo ich stehe, werden die Zombies hier aus dem Fenster spawnen und in die Mitte laufen, da wo ihr auch den Stromgenerator angeschaltet habt. Natürlich könnt ihr auch zwischendurch mal die Falle aktivieren, dann braucht ihr nicht mal schießen, denn die Zombies laufen dann da aus dem Fenster raus und laufen durch die Falle und werden dann durch die Falle umgebracht. Und gegen Ende der Runde, wenn ihr merkt, dass da keine Zombies mehr kommen, dann müsst ihr wie gesagt einfach hier in die Mitte der Map laufen und dort werden sich dann die Zombies versammeln. Das war es dann auch mit dem Video, ich hoffe euch hat das Video gefallen, falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir die Kommentare und falls ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, dann lasst jetzt ein kostenloses Abo da, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao!